Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von InfoNeuland TV. Vor etwas mehr als einer Woche fand ein Vorstellungskonzert der neuen Musiklehrer Ulrike und Silvester Janiello statt. Unter anderem trugen sie Werke von Bach, Vivaldi, Vizze und Leon Cavallo vor, sowie auch eigene Kompositionen. Silvester Janiello wird in diesem Jahr an der Musikschule Neuland Gesang, Klavier und Violine unterrichten. Seine Frau Ulrike übernimmt sich die musikalische Früherziehung und ebenfalls Gesang. Am vergangenen Wochenende, den 7., 8. und 9. Februar, fand auf dem Freizeitgelände Auroa-Chakenya die alljährliche Jugendfreizeit statt. Rund 100 Jugendliche nahmen an dieser Freizeit teil. Alfred Friesen wurde als Redner engagiert, um über das Thema Partnerschaft zu reden. Er unterteilte seine Vorträge in folgende Unterpunkte. Partnerwahl, sexuelle Reinheit in einer Partnerschaft und Gottes Plan für die Ehe. Zudem leitete eine Jugendband die Teilnehmer beim Singen von Liedern an und auch für Freizeitbeschäftigung war gesorgt. Das heiße Wetter verminderte nicht die Begeisterung der Teilnehmer. Das lag zum Teil auch daran, dass man am Samstagnachmittag dem Wetter mit einem Badeausflug trotzte. Nichtsäbter Nee. Untertitelung des ZDF für funk, 2017